Als privatversicherter Feuerwehrmann hat Frank Neumann für sich und seine Kinder Anspruch auf Beihilfe. Aber was kann er sich von wem erstatten lassen? Die Abrechnung ist ganz schön kompliziert und zeitaufwendig. Auch die Angehörigen der ehemaligen Lehrerin Linda Brunner sind verzweifelt. Zur Abrechnung mit der privaten Krankenversicherung und der Beihilfestelle kommen jetzt auch noch die Rechnungen für die Pflegeversicherung. Wer soll da noch durchblicken? Zum Glück erledigt MediRenta sämtliche Vorgänge rund um die Kranken- und Pflegekosten. MediRenta vertritt Sie als Beihilfeberater gegenüber allen beteiligten Kostenträgern und Leistungserbringern im Gesundheitswesen. Ähnlich einem Steuerberater, nur auf einem anderen Rechtsgebiet. Und so einfach funktioniert unser Rundum-Sorglos-Service. Herr Neumann und Familie Brunner schicken einfach alle Rechnungen, Verordnungen, Belege und Rezepte mittels Rückumschlag an MediRenta. Alles weitere erledigen unsere Fachleute. Wir sichten die Rechnungen und Belege und klären offene Fragen direkt mit dem Rechnungssteller. Dann ordnen wir die verschiedenen Posten den zuständigen Kostenträgern zu und stellen die notwendigen Erstattungsanträge. Nach Erhalt der Leistungsmitteilungen prüfen wir, ob die Kostenträger ihre bestehenden Ansprüche vollständig erfüllt haben. Wenn nötig, fassen wir noch einmal nach. Und auf Wunsch kümmern wir uns auch um den kompletten Zahlungsverkehr. Wenn alles geklärt ist, bekommen Frank Neumann und Linda Brunner von uns eine übersichtliche Zusammenfassung aller Vorgänge – den Medi-Bescheid. Jetzt müssen Sie nur noch alles abheften. Möchten auch Sie die Sicherheit haben, dass alles korrekt beantragt und geprüft wird, was Ihnen zusteht? MediRenta bietet Rechtssicherheit und nimmt Ihnen und Ihren Angehörigen alle Sorgen rund um Ihre Krankenkosten ab. Sorgen Sie vor. Informieren Sie sich jetzt.